Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem neuen Video bei Elektrobohne. Ich muss mich korrigieren, schlicht und ergreifend. Denn mit diesem Video möchte ich eine kleine Warnung aussprechen bezüglich ENBW Auto Charge. Ich habe das System bereits vorgestellt in dem Video und wie man es auch einrichtet. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe es für mich jetzt im Juni 2024 endgültig deaktiviert. Und warum das so ist und warum ihr das vielleicht auch machen solltet, das erzähle ich euch in diesem Video. Also bleibt dran und bis gleich. Warum habe ich ENBW Auto Charge deaktiviert? Vielleicht ganz kurz nochmal zusammengefasst, was ist ENBW Auto Charge? ENBW Auto Charge soll eigentlich dazu dienen, dass man ein Fahrzeug einfach anstecken kann, an eine Ladesäule von ENBW und in diesem Fall durch die MAC-Adresse abgefragt wird, ob dieses Fahrzeug bereits bei ENBW hinterlegt ist mit Auto Charge. Und dann startet der Ladevorgang automatisch, ohne dass ich mich über eine Ladekarte zum Beispiel authentifizieren muss. Das ist also ein sehr, sehr komfortables und angenehmes System. Und ich muss ehrlich sagen, bis vor kurzem habe ich dieses System wirklich geliebt. Weil es hat einfach funktioniert. Es war, ehrlich gesagt, wie ein Tesla Supercharger. Du fährst hin an die Ladesäule, parkst ein, steckst an und er lädt. Perfekt. Was ist nun vorgefallen, dass ich dieses System deaktiviert habe? Ich habe jetzt Anfang Juli 2024 eine Abrechnung bekommen von ENBW und mich hat es schon ein bisschen gewundert, weil ich muss sagen, ich habe jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr bei ENBW geladen tatsächlich. Denn aktuell ist der Preis unattraktiv und ich habe an Tesla Superchargern, selbst mit meinem Opel Mokka, in dem ich ja gerade sitze, günstiger geladen als mit ENBW. Deswegen habe ich eben verwundert die Rechnung aufgemacht in der E-Mail und reingeschaut. Und dann sehe ich plötzlich, ich blende es euch jetzt auch mal ein, ich habe nur das geschwärzt, um was sozusagen privat ist. Und da seht ihr jetzt, mir wurde ein Rechnungsbeitrag von 11,71 Euro tatsächlich in Rechnung gestellt. Und das für den Juni 2024. Dann habe ich mich gefragt, Juni 2024, da habe ich nicht geladen, keine Ahnung. Und dann gibt es aber zum Glück bei ENBW eine ganz gute Übersicht über die Einzelladevorgänge. Und da ist es dann klar geworden, das zeige ich euch hier, also am 1.6.2024 soll ich in der Heinkelstraße 1 in Ludwigsburg, keine Ahnung, wo die ist, war ich noch nie in meinem Leben. Aber da soll ich tatsächlich 19,21 Kilowattstunden geladen haben. Und das für einen Bruttopreis von 11,71 Euro. Und was noch ganz interessant ist, unten steht dann auch, klar, Ladepunkt-ID, Transaktions-ID und so weiter. Aber es steht dran, Ladevorgang über Auto-Charge, Opel Mokka. Ja, und ich habe natürlich keinen Ladevorgang dort gestartet. Ich habe euch gerade eben auch gesagt, ich weiß nicht mal, wo da eine Ladesäule sein soll. Ich war noch nie in meinem Leben in Ludwigsburg, obwohl ich oft in Mannheim bin tatsächlich. Aber ich war noch nie in Ludwigsburg. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ja, warum? Das gibt es doch nicht. Also die können mir doch nicht einfach was in Rechnung stellen, was ich nicht getan habe. Und dann habe ich mich mal bei Google auf die Suche begeben. Und das ist schon echt krass irgendwie. Also lustigerweise ist es da so, dass wenn man mal eintippt, EnBW Auto-Charge, unberechtigte Ladevorgang oder sowas, dann kommen Dutzende Suchhinweise oder Suchergebnisse. Und das ist schon krass. Und man sieht da tatsächlich, es gibt da wirklich ein Problem anscheinend. Denn die meisten Fahrzeuge, die sich für Auto-Charge eignen, die haben einfach eine statische MAC-Adresse. Und die sollte im Normalfall auch einmalig sein auf der Welt tatsächlich. Aber es gibt nun mal ein paar Fahrzeuge. Da zählt zum Beispiel die MEB-Plattform dazu. Die machen aus Datenschutzgründen ein Randomisieren der MAC-Adresse. Also da wird praktisch bei jedem Ladevorgang neu gewürfelt, welche MAC-Adresse das Fahrzeug hat. Und anscheinend jetzt nach acht oder neun Monaten, in denen ich Auto-Charge aktiviert habe, ist es halt soweit gekommen. Obwohl eigentlich eine MAC-Adresse ja riesig ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass genau deine MAC-Adresse irgendwie gewürfelt wird, ist ja wirklich minimal. Aber nach acht Monaten ist es nun passiert. Ich habe im Dezember 2023 Auto-Charge aktiviert. Und ja, jetzt ist es halt passiert, dass meine MAC-Adresse, meine statische MAC-Adresse vom Opel Mokka tatsächlich bei einem zweiten Fahrzeug sozusagen per Zufall gezogen wurde. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich gleich mal an ENBW geschrieben. Die haben eine sehr gute Support-Seite, wo man zum einen relativ viele FAQs hat, wo natürlich mein Thema nicht dabei war. Wäre ja natürlich zu einfach gewesen. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt. Also ich habe noch keine offizielle Antwort von ENBW bekommen. Es kam nur eine sporadische E-Mail zurück, dass jetzt aktuell sehr, sehr viel zu tun ist. Und dass sich deswegen die Antwort länger verzögert, als es ihnen lieb ist. Ich bin da schon sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt und würde mich tatsächlich auch gerne mal von euch aus der Community interessieren, ob ihr auch schon mal so einen Fall hattet. Denn ich muss jetzt auch ehrlich sagen, das war das Erste, was ich jetzt gleich gemacht habe, nachdem ich den Support angeschrieben habe. Ich habe Auto-Charge für mich deaktiviert. Also ich werde jetzt in Zukunft immer wieder mit der ENBW-Karte laden tatsächlich wieder. Ganz normal per RFID. Denn mir ist es einfach zu kritisch, dass das nochmal passieren könnte und ich dann vielleicht noch einen höheren Betrag tatsächlich unberechtigt los bin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da für den Kanal und gebt mir einen Daumen hoch, damit ich weiterhin so Content für euch produzieren kann. Und wenn es so ist, dann würde es mich unheimlich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann und ciao.